Guten Morgen Kinder, wir machen jetzt eine Dichtstunde. Guten Morgen, das Ding startet in einen Schuh. Guten Morgen, der Stieglitz, der Streuch und der Stier. Sie verpackten Schuh im Papier, jedoch zwei uralte Raben, die wollten es im Schuh nicht haben. So erwarmten sich die Maus und packten das Dings wieder aus.